So, da bin ich wieder. Ich habe gerade Cortison bekommen. Vor circa zwei, drei Stunden war ich beim Neurologen in Gistach mit dem Bus hingefahren, auf dem Rückweg noch ein bisschen eingekauft und jetzt sage ich mal Dinge, die da kommen werden. Noch geht meine Stimme, aber sie wird in den nächsten zwei Tagen massiv einbrechen. Aber so wird sie mal. Ich wünsche allen einen schönen Tag und schauen wir mal, was geht. Bis bald. Ciao. Da hinten kommt Andrea gerade in die Kamera.